Außerdem möchte ich Sie noch mit Ihren Mobiltelefone und elektronischen Geräten mit Sendefunktionen um entweder auszuschalten oder in den Flugmodus zu schalten. Anschließend möchte ich Sie noch mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit entbieten mit den Sicherheitsinstruktionen. Für diese Gelegenheit möchte ich das Mörser-Team heute vorstellen. Die verantwortliche Mörserer ist Frau Konstanze Paschen. Und der zweite Mörserer ist Herr Konstantinus Bonfadakis. Mein Name ist Theum Bibelt. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann wenden Sie sich bitte an uns oder an jedes andere. Können Sie den Kiel? Okay, uh, you have to come with me. Herr Sprichdorf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. And later on, uh, please pay attention to our safety video. Um, at this time I'd like to introduce the cursor-team. The responsible flight attendant is Mrs. Konstantinus Paschen, the second flight attendant Mr. Konstantinus Bonfadakis. And my name is Hugh Kiwut. If you have any questions or requests, please don't hesitate to ask us anything. Oh, okay. Backfest, please. And I wish you an impressive flight. Please help. There he is in front in the front. Umm. I'll help. Okay. Hurray. Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank.